Wir waren bei der Premiere von Harry Potter Visions of Magic und für alle, die sich fragen, was das eigentlich ist oder wissen wollen, was sie dort erwartet, haben wir hier das perfekte Video. Das Ganze findet im Odysseum in Köln statt und beginnt am 8.12.2023. Der Tag fing für uns mit einer kurzen Pressekonferenz an und da war tatsächlich schon das erste Highlight, denn die Weasley-Zillinge waren ebenfalls vor Ort und haben auf der Bühne ein paar Fragen beantwortet. Und schaut euch mal an, wie erwachsen Fred und George mittlerweile sind. Unglaublich. Dann fing der Zauber endlich richtig an, denn es ging für uns in die Welt von Harry Potter. Zu Beginn bekommt ihr einen Zauberstab und eine kurze Zauberstab-Einweisung und ihr könnt ein Erinnerungsfoto machen, wenn ihr möchtet. Das könnt ihr am Ende im Souvenir-Shop euch ausdrucken und mitnehmen. Die erste Station ist der fahrende Ritter, den ihr mithilfe eures Zauberstabes herbeiruft und der euch zur nächsten Station bringt. Während der Fahrt gibt es schon unglaublich viel zu entdecken. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar kurze Einblicke in die verschiedene Stationen, jedoch möchten wir euch nicht den gesamten Zauber vorwegnehmen. Was würde ich aber versprechen können, es ist ein unglaublich tolles Kunsterlebnis. Ihr seht die verschiedensten Orte der Harry Potter-Welt und alles ist mit so viel Liebe und Magie gestaltet, man weiß kaum, wo man hinschauen soll. Es gibt einfach überall etwas zu entdecken und diese ganzen kleinen interaktiven Dinge, die ihr mit eurem Zauberstab herbeiruft, bringen nochmal richtig viel Freude. Also für alle Harry Potter-Liebhaber eine klare Empfehlung.